Hallo zusammen, mein Name ist Ingrid Metzmeier und ich bin gesegnet, seit zweieinhalb Jahren hier bei Equipus Flensburg zu sein und hier zu dienen. Ich hatte das Privileg, in der Kirche zu lernen und zu predigen, das ersten Team zu beraten und zu unterstützen und gleichlich Zeit in Kirchen in ganz Schleswig-Holstein zu dienen. Im vergangenen Jahr hat Gott deutlich gemacht, dass er möchte, dass ich meinen Dienst auf der anderen Teile Deutschlands ausdehne und im Januar nächsten Jahres werde ich nach Erfurt umsehen. Ich bin eingeladen worden, in eine Ostgemeinde zu investieren, die noch immer mit den Folgen einer Spaltung von vor einigen Jahren zu kämpfen hat. Es besteht ein Bedarf an Heilung und an Vorschritten in Einheit und ich glaube, dass Gott mir eine klare Richtung gegeben hat, um ihnen zu helfen. Eure Unterstützung für Fathersland Ministries ist größer als ich. Es ermöglicht mir, Orte aufzubauen, an denen Menschen im Gebet Einfluss nehmen können, indem sie Beziehungen innerhalb der Landesregierung aufbauen und zu sehen, dass in dieser Stadt nicht nur Erweckung, sondern Reformation stattfindet. Ich bin euch so dankbar für eure Unterstützung dabei. Danke.